Wir haben Milchstätte gebaut. Riesige Verkehrsnetze um die ganze Erde gezogen. Arbeiten rund um die Welt zusammen. Im Alleingang hätten wir so viel Wohlstand nicht geschaffen. Ja, bester Song. Nur, wie steht es um unseren Teamgeist? Wenn wir ehrlich sind, geraten wir uns zusehends in die Haare. Unsere Demokratien verlieren an Zustimmung und es scheint fast, als wären das Wir und das Ich in einer Art Beziehung. Ich glaube, der Song heißt New Noise. Du kannst es mal googeln. Refused? New Noise. ...Krise. Können wir das nicht besser machen? Es gibt doch auf der Erde eine Fülle alternativer Staaten und Gesellschaftsmodelle. Von der Affenhorde bis zum Ameisenstaat. Überaus erfolgreiche Gemeinschaften, die seit Jahrmillionen zusammenhalten. Können wir uns bei denen nicht etwas absch- Ja. Und ihr wisst alle, was Jordan Peterson sagen würde. Die Lobster, Junge. Die haben es schon, keine Ahnung, 300.000 Jahre gecheckt oder so. Die Lobster, beste Society. Die Lobster Society, die beste. Schauen. Mit der starken Hierarchie. Wann habt ihr zuletzt so enthusiastisch was für eure Gemeinschaft gemacht wie diese Ameisen? Gute Frage. Die Sammelnahrung nicht für sich, sondern für alle. Da fragt keiner, was kann der Staat für mich tun? Und wir Menschen? Sagen wir es mal so. Die Inflation, der Klimawandel, die Pandemie und die Kriege. Das macht ziemlich Angst vor der Zukunft. Da schauen viele auf sich. Genau, aber da gucken, das interessiert uns jetzt nämlich gar nicht. Das wollen wir in dieser Sendung gar nicht beleuchten. Statt auf die Gemeinschaft. Wir haben euch gefragt, wie geht es der Demokratie in Deutschland, beziehungsweise in Frankreich? Dass sie gut funktioniert, das finden 15 Prozent in Deutschland, nur 8 Prozent in Frankreich. Die große Mehrheit sagt, dass wir etwas verändern müssen, um sie vital zu halten. Oder dass ihr Überleben sogar gefährdet ist. Geht das irgendwie besser? Die Menschheit vergleicht sich seit Jahrtausenden und zwar entweder mit Göttern und mit Tieren. Beide Vergleiche sind ganz interessant. Und bei Tieren, da denken sie an die Fabeln. Bleibt halt auch nicht mehr viel übrig, ne? Mit Steinen sich zu vergleichen, ist eher lame. Viele Möglichkeiten, aber auch natürlich schon seit der Antike mit Insektengesellschaften, besonders mit Ameisen und mit Bienen. Und der interessante Unterschied besteht darin, dass eigentlich die Antike immer schon auf die Ameisen- und Bienengesellschaften als Völker schaut. Im Alten Testament findet man einen Spruch, geh hin zur Ameise, du Fauler, sieh an ihr tun und lerne von ihr. Wenn sie auch keinen Fürsten, noch Hauptmann, noch Herren hat, so bereitet sie doch ihr Brot im Sommer und sammelt ihre Speise in der Ernte. Leute, die sowas studieren. Da verkneife ich mir mal jeglichen Kommentar jetzt. Gut, dass wir nur Leute haben, die einfach mal alte Bücher lesen und dann vorlesen können, oder? Bei den Ameisen wird nicht getrödelt oder gestritten, sondern das Staatsnotwendige ohne Moren erledigt. Man interpretiert häufig in die Tiere was rein, was eigentlich an der Wirklichkeit sehr weit vorbeigeht. You don't say, Morph hat doch gerade ein Video dazu gemacht. Sehen wir überall Metaphern von höheren Strukturen, die gar nicht da sind. Und tatsächlich werden da viele Begriffe verwenden aus menschlichen Gesellschaften. Königinnen, Arbeiterinnen, Soldaten, Kasten zum Beispiel auch. Longelbeutel, du hast diese Woche noch kein Buch gelesen? Kollege, die Woche ist in dreieinhalb Stunden zu Ende. Fangen wir mal lieber an. Macht man häufig den Einstieg leichter. Aber ist es auch so, dass natürlich eine Königin beim sozialen Insektenstaat was ganz anderes ist, als eine Königin in menschlichen Gesellschaften. Alle Königinnen genießen gewisse Privilegien. Das stimmt. Die Königin bei den Ameisen ist ja so richtig voll am Arsch, ne? Da gibt es ja diese alternative Interpretation, dass sie komplett ausgebeutet wird, so richtig dulle, heftig. Adeln, ich hatte diesen Spruch mit den Ameisen und der genetischen Vielfalt von denen, die da abhängen, dass die sozusagen näher verwandt sind mit ihren Schwestern als mit ihrer Mutter. Da ist der Richard Dawkins, ist da auch übelst drauf rumgeritten in seinem Buch. Weil das ja auch sozusagen aus seiner Perspektive eine relevante Größe ist, ne? Die Wahrscheinlichkeit, sein eigenes Genmaterial in anderen zu sehen und so. Das ist ja für den wichtig gewesen beim Selfish Gene, ne? loveich die doch erstmal vor allem ihm selbst dienen, sonst wären es ja keine Privilegien. Aber ist es nicht genau das, wonach jedes Individuum am Ende strebt, nach dem eigenen Vorteil, der doch schwerer wiegt als die Gemeinschaft? Allein zu leben mag leichter erscheinen, aber in der Gemeinschaft können wir unsere Anstrengungen bündeln und schaffen Dinge, die wir allein nicht hinbekommen. Ob das die Verteidigung des Lebensraums gegen Fremde ist, oder die Suche von Nahrung in kargen Gegenden, wo man nimmt, was man kriegen kann. Gemeinschaft ist hier vorteilhaft. Vorausgesetzt, alle können ihre Interessenkonflikte klären und zusammenarbeiten. Am Ende geht es doch immer um eines, das Überleben der Spezies. Die Chancen dafür steigen in größeren Gruppen, die nicht einfach so entstehen, sondern für jeden Einzelnen irgendwie attraktiv sein sollten. Jede Spezies braucht einen gesellschaftlichen Klebstoff, um sicherzustellen, dass jedes Individuum mit allen anderen verbunden bleibt. Da ist zum Beispiel die Gemeinschaft von Schwärmen, die durch die Zusammenarbeit aller zu so einer Art Superorganismus wird. Also das Wort Emergenz wird hier bestimmt droppen, oder? Also, eine E-Wort-Umfrage also. Okay, wir machen eine E-Wort-Umfrage. Erstmal Mucka. Ähm, Abstimmung. Neue Abstimmung. Emergenz? Fragezeichen? Ja. Save Digi. Nöp. Eine Minute Umfrage. Eine Minute Umfrage. Ich sag ja, das Wort Emergenz kommt. Doch für den Mann, da bleibt kein Recht. Sei nicht traurig, traurig kleiner Meisenmann. Das für dich nicht übrig bleiben kann. Deine Kinder haben Hunger. Sie wollen essen. Das darf man nicht vergessen. Man sieht den kleinen Meisenmann auf einem Feld. Er zieht an einem Wurm. Der hat sich in der Erde verknotet. Doch endlich hat er ihn bekommen. Da verfinstert sich plötzlich der Himmel. Und ein Mann mit einem langen Bart guckt aus einer Wolke. Und er hebt seinen Finger, den er hochgehoben hat. Sei nicht sauer, kleiner Meisenmann. Okay. Dass du den Wurm nicht mit nach Hause nehmen kannst. Und mit einer Füge ganz aussammeln. Also, ihr sagt, auf keinen Fall kommt hier das Wort Emergenz vor. Na gut. Einer der wichtigsten Denker ist Thomas Hobbes. Bekannt geworden ist er auch für einen Topos. Einer der wichtigsten Denker. Homo homini lupus. Der Mensch ist des Menschen Wolf. Und darauf baut er eine ganze Staatstheorie. Offenbar hat hier der als Schreckgestalt verklärte Wolf, der Schäfchen, Schweinchen und Rotkäppchen jagt, ein Gastauftritt in einer der bedeutendsten politischen Theorien. Er glaubt eigentlich, dass jeder Mensch zur Gewalt fähig ist. Der Mensch ist des Menschen Humor. Safe Digi. Kurzfristigen, egoistischen Interessen dient. Und deshalb muss man eigentlich dafür sorgen, dass die Gesellschaft sozusagen mit Gewalt, eigentlich mit der Androhung von Gewalt, also zur Raison gebracht wird. Und deshalb braucht man eine starke Autorität. Wenn das nicht nach Allmachtsfantasien aufgrund eines ziemlich schlechten Menschenbilds klingt. Doch was ist überhaupt dran an dem Klischee des bösen Wolfs? Wölfe sind gar nicht diese aggressiven Einzelgänger. Sie leben in einem engen Familienverband. Sie spielen miteinander. Keine Hunde, Babys. Und sie arbeiten bei der Jagd und bei der Aufzucht der Jungen zusammen. Sie leben in eng verwobenen Gemeinschaften. Rudel sind Familienverbände. Aber wer Geschwister hat, der weiß, auch da kann es um knappe Ressourcen, Hauen und Stechen gehen. Auch im Rudel, dem Staat des Wolfs, muss es doch Regeln geben. Klar, ihr Ruf kommt nicht von ungefähr. Aber auch da würde ich schon intervenieren. Ich würde sagen, auch da erzeugt dieses, das Hauen und Stechen wird erzeugt dadurch, dass es da eine obere Machthierarchie gibt, die Befehlsgewalt hat und Regeln erlässt und so. Ich glaube, daher kommt das. Wölfe haben starke, auf Dominanz gebaute Hierarchien. Also ich meine jetzt bei Kindern. In denen Alpha Männchen und Weibchen in der Rolle der Eltern schon sehr stark bestimmen, was das Rudel macht. Aber in gewisser Hinsicht profitiert die ganze Gruppe von dieser sozialen Kontrolle. Ja, Gemeinschaft ist dem Überleben dienlich, auch wenn sie nerven kann. Aber muss man Individuen zu ihrem Glück zwingen? Aggression und Dominanz sind keine Grundbedingungen für Tierstaaten. Stellt euch einen Affen vor, der an seinem Schwanz hängt. Das ist ein Klammeraffe. Diese Tiere leben in Gesellschaften, die weniger auf Aggressionen und mehr auf positiven sozialen Bindungen aufbauen. Das geht, weil diese Gesellschaften sich finden und wieder auflösen können. Je nach Nahrungsangebot und je nach den Bedingungen ihres Lebensraums. Ach was. Das klingt ja total nach dieser Idee, die ich auch schon mal formuliert hatte. Dass wenn man jetzt so ein, diese naive Vorstellung hat von wegen, wir haben hier ein großes Plenum und wir haben eine Mehrheitsentscheidung, müssen wir auf jeden Fall forcieren. Und jetzt gibt es aber die Sache, dass 50-50 steht und man kann sich nicht einigen. Dann wäre doch der normale, gewöhnliche Vorschlag, teilt euch einfach auf, werdet einfach zwei Gruppen und guckt einfach mal, was passiert. Jeder macht, jede Gruppe macht seine Strategie und dann kann man ja immer noch darüber hinterher mal Daten austauschen und eine Kultur entwickeln und so. Schadet ja nicht. Und es ist ja nicht unbedingt erforderlich, dass man ständig sozusagen diese zentralisierte Entscheidungsfindung haben muss. Kann ja eigentlich abhängig von der Problemstellung sogar sein. Sort of what the context in which they find themselves in dictates. Ein bisschen mehr love and peace. Das wäre schon reizvoll. Aber mal ehrlich, so schön das klingt, ist nicht gerade unser Bedürfnis nach stetiger Versorgung und Sicherheit, mit anderen Worten, Stabilität entscheidend? Sehnen wir uns nicht geradezu nach Hierarchie? Wenn wir mal die Animationsfilme unserer Kindheit unter die Lupe nehmen, braucht es neben der sozialen Rangfolge im Rudel nicht auch einen klassischen Anführer? Auch das Wording ist auf jeden Fall tendenziell, ne? Sie sagen, sehnen wir uns danach? Und übrigens, guck mal, mit diesen Kinderfilmen wurden wir schon indoktriniert. Den König, der die Richtung vorgibt? Wir haben eine Studie gemacht, bei der wir in Kenia eine Horde Paviane GPS-Sender umgeschnallt haben. Wir haben erwartet, wenn das Alpha-Männchen etwa hier zu den Felsen will, dann zerrt es alle anderen mehr oder minder hinter sich her. Dass das Alpha-Männchen quasi als Despot für die ganze Gruppe entscheidet. Aber es war ganz anders. Äh, was hab ich gesagt? Hab ich nicht tendenziell gesagt oder ist tendenziell falsch? Tatsächlich haben wir beobachtet, dass Richtungsentscheidungen ganz einfach demokratisch getroffen werden. Wenn das Alpha-Männchen zu den Felsen gehen wollte, aber andere Affen in die Ebene, dann folgte der Rest einfach der Mehrheit. Und das Alpha-Tier kam irgendwann hinterher. Was wir festgestellt haben, basisdemokratische Prozesse haben bessere Ergebnisse erzeugt als Entscheidungen einzelner Individuen. Ja, das stimmt natürlich. Daran merkt man definitiv, dass ich zu wenig lese. Richtig. 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 Puppe richtig. Wenn sich also Grundzüge einer demokratischen Grundordnung sogar evolutionsbiologisch bewährt haben, zumindest in der Gemeinschaft der Paviane, welche Kriterien sind es, die für ihre Aufrechterhaltung sorgen? Damit so eine Gruppe stabil ist, müssen alle Individuen so viele Vorteile haben, dass es klüger ist, zu bleiben. Deswegen braucht es eine Form der Gleichberechtigung. Alle müssen profitieren. Bei extremer Ungleichheit beginnen Gesellschaften zu bröckeln. Der Ratschlag der Tiergruppen wäre also simpel. Lass die Schere zwischen Arm und Reich nicht zu weit aufgehen. Achte darauf, dass der Wohlstand fair verteilt wird. Dann erwärmen sich auch mehr Individuen. Aber das würden doch die Märkte von alleine tun. Wenn die Staaten immer eindrücken würden, dann würde das alles perfekt aufgehen. ...wohnen wieder für Staat und Gemeinschaft. Wir sind den Tieren... Ich habe, ich habe, ich fange ja an, ich lese ja immer mehr neoklassische Theorie und das ist so klar. ... Gemeinschaften ähnlicher, als uns oft bewusst ist. Was den antiken Philosophen Aristoteles nicht verwundert hätte. Für ihn ist der Mensch sowieso ein Tier, ein politisches. Ein Zoo on Politicon. Und das ist ja interessant, dass Aristoteles jetzt also bei der Analogie des politischen Tieres gar nicht auf Wirbeltiere zu sprechen kommen, sondern eben auf Ameisen und Bienen. Und zwar deswegen, weil sie etwas mit uns gemeinsam haben. Und das ist eben, dass sie staatenbildend sind, eine Pollis bauen. Und die Pollis ist selbst in der Antike schon immer viel komplexer als eine andere tierische Ordnung, etwa als ein Rudel oder als eine Herde. Dass Bienen eine komplexere Gesellschaft pflegen, das drängt sich schon beim Anblick eines Bienenstocks auf. Der wirkt wie eine Kleinstadt für ein paar zehntausend enorm betriebsame Einwohner. Was eine einzelne Biene für ihre Gemeinschaft, für ihre Kolonien leistet, ist beeindruckend. Bienen können teilweise bis zu 30 Mal am Tag ausfliegen, besuchen dann mehrere hundert Blüten und in der Tat um so ein Glas 500 Gramm Honig. Dissipativ bedeutet, dass da Reibung im System ist und dadurch ständig Energie verliert. Zusammenzutragen fliegen Bienen 120.000 Kilometer, das ist also dreimal um den Planeten rum. PS, das bedeutet, wenn die Lagrange-Funktion explizit von der Zeit abhängt. Das ist meistens so. Man errscht, wie viel Einsatz eine einzelne Biene oder eben der ganze Staat für die Gemeinschaft leistet. Dabei füllen die Bienen dank dieser Viehfliegerei ja nicht ihren privaten Vorrat auf, sondern den der Allgemeinheit. Sei wie die Biene, haben sich schon die alten Griechen und Römer gedacht. In deren Schriften waren Bienen unter anderem Symbole für Fleiß und Sparsamkeit, für Wehrhaftigkeit und Tapferkeit, Reinheit und Jungfräulichkeit und natürlich für staatliche und gesellige Ordnung. So ein Bienenstock ist ein sehr komplexes Zusammenleben von verschiedenen Tieren und die spezialisieren sich auch auf verschiedene Tätigkeiten. Also man findet da natürlich die Tiere, die ausfliegen und Honig sammeln oder Nektar sammeln. Aber es gibt auch eben welche, die Honig produzieren, es gibt welche, die Wachs produzieren, es gibt die, die die Larven versorgen, die Königin versorgen, die das Nest verteidigen. Der Bienenstaat erinnert an eine Burg im Mittelalter, inklusive der arbeitsteiligen Gesellschafterin. Aufstände scheint es da nicht zu geben. Bei William Shakespeare heißt es, so tun die Honigbienen Kreaturen, die durch die Regel der Natur uns lehren, zur Ordnung fügen, ein bevölkert Reich. Sie haben einen König und Beamte. Und auch Jahrhunderte später ist die Biene noch Vorbild für braven Gehorsam. Es gibt so ein ganz lustiges Gepränkel bei Gustave Flaubert in Beauvoir und Pécouché, wo ein erklärter Royalist argumentiert, ja, schaut zu den Bienen, da finden wir doch das Vorbild. Die Schöpfung Gottes macht es uns vor. Auch das Bienenvolk ist monarchisch organisiert und wird regiert von einem König. Als Gustave Flaubert seinen Roman schreibt, wird Frankreich schon fast ein Jahrhundert von Revolutionen erschüttert. Die Staatsform wechselt zwischen... Genau, Zentralismus ist die Antwort, das ist doch ganz klar, oder? Ich denke, jetzt haben wir es verstanden. ...monarchie, Kaiser-Imperium und ersten Anläufen zur direkten Demokratie. Im Roman Beauvoir und Pécouché werden Insektenstaaten als angeblich natürliche Vorbilder diskutiert. Yes. Und das wird dann gekontert von einem Republikaner, der sagt, nein, wir können dann auch genauso gut zur Ameise schauen, denn schon in der Bibel steht ja, dass die Ameise eben gerade nicht regiert wird von einem Fürsten oder König, sondern sich selber regiert und trotzdem eine Gesellschaft geschaffen hat, die gut... Ja, das ist genau der Punkt. Regieren ist bei denen überhaupt nicht das richtige Wort. Das ist ja genau der Punkt. Richtig, Sterbwert. Also erstmal, es gibt in der Natur keine Macht-Hierarchien. Die kommen nicht vor. Es gibt ein paar Dominanz-Hierarchien, aber in der Regel ist es so, dass die alle bottom-to-top wachsen. Das heißt, die Metapher, dass da irgendjemand zentral was plant oder sich was überlegt, die ist eigentlich immer falsch. Das emergiert, diese Dynamik. Und wir benutzen die Metaphern, weil es eine gute Datenkomprimierung ist. Funktioniert. Insektenstaaten haben ihre Überlebensfähigkeit über Millionen von Jahren unter Beweis gestellt. Aber haben wir überhaupt verstanden, wie sie funktionieren? Überrascht waren die Wissenschaftler, als sie den König massiziert haben und festgestellt haben, dass der ein Ovar hat, also damit tatsächlich eine Königin ist. Die Königin ist die Mutter von dem Bienenstaat oder auch von dem Ameisenstaat. Sie ist aber nicht diejenige, die die meisten Entscheidungen trifft und sie ist auch nicht diejenige, die vorgibt, wer was macht. Die ist nur am Spitten die ganze Zeit, ne? Die ist einfach nur am, ihr wisst schon, Zellteilung. Sondern man kann sie eigentlich auch mehr so als den Eierstock sehen. Also sie legt die Eier, aber alle anderen Entscheidungen werden eigentlich von den Arbeiterinnen getroffen. Insektengesellschaften haben etwas von Amazon-Reichen. Das gilt für Bienen wie auch für Ameisen. Es sind die Töchter, die alles am Laufen halten. Männer sind dagegen nur kurzlebige Samenspender. Diese reiche volle Arbeiterinnen, da war der Demokrat in Gustav Flaubert's Roman näher an der Wahrheit, haben keine zentrale Herrscherin. Sie sind selbstorganisierend. Wenn man aus dem Flugzeug schaut, auf die Landschaft, die unter einem sich ausbreitet, dann sieht man Städte, Straßen, man sieht Felder. Und wenn wir Wissenschaftler uns aber die Ameisen anschauen, da sehen wir auch verschiedene kleine und große Kolonien. Wir sehen Straßen, die die Ameisen anlegen, um zu bestimmten Nahrungsquellen zu kommen. Wir sehen teilweise eben auch, dass sie Landwirtschaft betreiben. Das heißt, viele der Elemente, die in menschlichen Gesellschaften entstehen, finden wir auch, wenn man genau hinguckt, bei den Ameisen. Moment mal. Dass wir vor ein paar tausend Jahren Ackerbau und Viehzucht erfunden haben, gilt als der Durchbruch auf dem Weg zu unserer modernen Gesellschaft. Weil wir Nahrung nicht mehr gesucht, sondern angebaut haben, konnten wir wachsen, Städte bauen. Acker-Patrilokalität. Staatengründen. Wir, die Menschen, aber Ameisen? Es gibt tatsächlich welche, die vor 50 Millionen Jahren, also lang bevor es die Menschen gab, eine Form von Landwirtschaft erfunden haben. Die Plattschneiderameisen in Südamerika tragen Blättermaterial ein und züchten in riesigen unterirdischen Nestern Pilze, von denen sie sich ausschließlich ernähren. Sie versorgen ihn, sie düngen ihn und sie ernten natürlich, und davon leben sie. Es gibt andere Ameisen, die halten sich Blattläuße, so ähnlich wie wir Vieh. Sie verteidigen sie gegen Räuber, wie zum Beispiel die Marienkäfer, und sie melken sie. Und sie nehmen damit Zuckerwasser ab, dass die Blattläuße ausschneiden. Ich glaube, das war auch im Selfish-Gene schon drin, und das hat auch nochmal Robert Sapolsky in seinem Buch auch nochmal irgendwo erklärt mit den Ameisen. Und man kann das eigentlich auch als eine Art von Viehzucht sehen. Warum reiten sie eigentlich immer noch auf diesem Staatsbegriff rum? Das ist ein bisschen Panne, oder? Sie haben doch schon erklärt, dass das Schwachsinn ist. Besorgung, Sicherheit, eingeregeltes Zusammenleben. Bei den Wespen und Bienen finden wir noch solitäre Arten, die also nicht in Gemeinschaft leben. Und da ist es so, dass das weibliche Tier sich meistens um den Nachwuchs kümmert, also da Nahrung heranschafft. Aber natürlich kann sich diese Mutter nur, kann nur eine Sache gleichzeitig machen. Entweder das Nest verteidigen oder auf Nahrungssucht gehen. Und weil das so ist, hat sich bei gemeinschaftlich arbeitenden Bienen eine ziemlich radikale Lösung durchgesetzt. Das Fundament ihres Erfolgs würde unser Überleben verunmöglichen. Bis auf die Königin verzichten alle Weibchen auf eigenen Nachwuchs. Nachdem die Töchter ja nachverwandt sind mit der Mutter und damit auch mit den Geschwistern, können sie auf diese Weise auch ihre Gene indirekt weitergeben. Altruistisches Verhalten nennt man diesen Verzicht zugunsten der Gemeinschaft. Es hält den Laden zusammen und sorgt vor allem für eine enorme Freisetzung. Ist das wirklich die Definition von Altruismus? Ihr seid doch so belesene Menschen. Sagt mal nur ja oder nein. ... von Arbeitskraft. Und das ist ein Erfolgsmodell, was dazu geführt hat, dass es auf diesem Planeten wahrscheinlich mehr soziale Insekten gibt als irgendwelche anderen. Gut. Danke dafür. ... Insekten und die Biomasse von sozialen Insekten in den Regenwäldern häufig größer ist als die von Wirbeltieren. Kooperation statt Konkurrenz. Charles Darwin hat dieser Verzicht auf den Wettkampf Kopfzerbrechen verursacht. Natürlich. Weil er so ein richtiger, richtiger Männermann ist. Der kann das gar nicht verstehen. Das ist so, wie sich diese bescheuerten Boys, zum Beispiel auch der Richard Dawkins, immer fragen, wieso haben Frauen überhaupt einen Orgasmus? Das ergibt gar keinen Sinn. Den russischen Schriftsteller Piotr Kropotkin hat das Verhalten der Ameisen Ende des 19. Jahrhunderts zu einem Gesellschaftsmodell inspiriert, das auf gegenseitiger Hilfe auf... Gegenseitige Hilfe. Merkwürdiges Wort, oder? Ich glaube, hops, dreht sich im Grab um. Es dient gar nicht dem Überleben so sehr, wenn man nur egoistisch an sich denkt, sondern es dient eigentlich dem Überleben des Kollektivs viel besser, wenn man sich gegenseitig hilft, wenn man gemeinsam den Acker bestellt, wenn man gemeinsam arbeitsteilig wirtschaftet, wenn man sich gegenseitig unterstützt. Das ist eigentlich das Bild, was Kropotkin vorschwebt. Das Gegenbild zum Zeitgeist des Sozialdarwinismus, in dem die Stärkeren sich und ihre Interessen gegen alle anderen durchsetzen. Die Ameisen, die ja eben keinen Waisenkönig haben und brauchen, sind für Kropotkin der Beweis, dass Herrscher und Regierungen nur unseren natürlichen Hang zur Kooperation stören. Der Anti-Darwinist hält die Anarchie für die beste Staatsform. Sieht ihr das da? Die haben einfach die schwarze Flagge da. Und sie haben das A-Wort gesagt. Vorausgesetzt, wir werden alle ein bisschen A-meisiger. Für das Individuum bedeutet natürlich, dass sie sich dem dann auch unterordnen müssen, insofern, dass sie ja bereit sein müssen, ihre kurzfristigen privaten Interessen zurückzustellen und dem gemeinsamen Wohl, dem Gemeinwohl jetzt sozusagen zu unterstellen. Das wäre eigentlich sozusagen das Gesellschaftsbild, was damit transportiert wird. Das ist doch die Kernfrage für uns alle. Wie tarieren wir unsere eigenen... Ja, zeigen einfach nur zwei Clips von Material Girls. ... Interessen und die der Gesellschaft, in der wir leben, richtig aus. Also wenn sich das Individuum... ... soll uns diese Bilder suggerieren. Also ich bin ja niemand, der sowas macht normalerweise. Jetzt so auf diesen Schwachsten so steil gehen und sich zu fragen, was das jetzt bedeuten soll. Aber in dem Fall, nochmal zurück. Also, hier wird jetzt so gesagt, Belohnungsaufschub, kollektiv... ... damit transportiert wird. Das ist doch die Kernfrage für uns alle. Das ist die Kernfrage. Wollen wir jetzt noch einfach noch mehr 18-jährige Topmodels ausbeuten, weiterhin? Aber nur ein paar und die anderen erzählen uns davon auf Twitter und TikTok. Und dann ist das das Ziel, was wir alle haben, auch wenn es nur ganz wenige erreichen können? Oder was wollen wir jetzt? Wie tarieren? Guck mal, weil da ist jetzt der Hustle, ne? Da wird jetzt der Hustle abgebildet, aber wir tun das... ... was damit transportiert wird. Jetzt guck mal, also nochmal. Das ist jetzt die... Das ist die Goal, ne? Das ist doch die Goal. Völlig ekelhaftes Zuckerfrühstück... ... auf einem Infinity-Pool irgendwo im Urwald. Mit irgendeiner Pornotussi. Ah, jetzt ist nochmal Pornotussi. Wie tarieren wir unsere eigenen Interessen und die der Gesellschaft, in der wir leben, richtig aus? Da ist nochmal die Tussi. Da ist jetzt die Skyline, ne? Ist auch wichtig. Da sind nur Erfolgskörper in dieser Skyline. Abgesehen von den unsichtbaren Pflegekräften und so, die da alle arbeiten. Aber die haben keine Glory, die wir filmen können. Also wenn sich das Individuum aufopfern soll für die Gesellschaft, dann ist man wirklich schon im Nationalsozialismus, in der Anthologie der 20er und 30er Jahre wurde das vorbereitet. Die Ameise war da gerade nicht das republikanische Tier, sondern sie war das politische Tier, was sich bedingungslos und vollkommen unter... Aha. Ja, Babsi. Wir erinnern uns. Wenn wir zusammen in den Wald gehen, ist das schon Faschismus. ...verordnet und deswegen die totale Gesellschaft zum Erfolg führt. Eine Gesellschaft, in der alle Bürger soldatisch gleichförmig sind. Gut, das wäre das andere Extrem, das zwar immer wieder versucht wurde, aber nie wirklich funktioniert hat. Widerstand und... Fast so wie Kapitalismus, oder? ... hat es immer gegeben, genau wie bei den Ameisen. Ameisen zeigen sehr stark selbstloses Verhalten, aber es ist nicht so, dass sie einzelne kleine Roboter sind, die sich gleich verhalten. Es gibt manchmal auch... Assel, ich habe keine Ahnung von der Frankfurter Schule, ich habe ja nicht gelesen. Auch Rebellen, also wir haben das in mehreren Umständen gefunden. Bei Bienen findet man das teilweise, dass Bienen Arbeiter in Eier legen, obwohl es eine Königin da ist. Also ja, nicht jeder hält sich an seinen vorgegebenen Platz, sondern manchmal gibt es auch ein Aufbegehren. Okay, Ameisen haben eine angeborene Tendenz zur Kooperation. Aber sie sind keine kleinen Automaten, sondern Individuen, deren hunderttausendfaches Handeln auch ohne Herrscher ein erfolgreiches... Was soll denn das heißen? Natürlich sind sie kleine Automaten. Sie haben doch erklärt, dass es keinen zentralen Herrscher gibt. Sie haben es doch vorhin erklärt. Wieso sagen sie jetzt, reden sie jetzt schon wieder von einem Herrscher? ...ein Insektenstaat entstehen lässt. Aber wie bringen sie sich gegenseitig dazu, das Richtige zu tun? Emergenz! Mal gucken. Es sind ja noch ungefähr fünf Minuten jetzt, um meine Wette noch zu gewinnen. Lebewesen, die in Gemeinschaft leben, müssen miteinander kommunizieren. Und die Ameisen, die sprechen tatsächlich, wir sagen chemisch sozusagen. Also so eine Ameise hier hat verschiedene Drüsen, in denen sie Botenstoffe abgibt. Da gibt es die Postpharyngealdrüse, die hier oben unterhalb des... Übrigens, ich empfehle auf jeden Fall euch das Buch von Robert Zapolz. Der hat hinten so ein paar Beispiele, wo der die Sache mit der Schwarmintelligenz und der Emergenz nochmal so richtig geil mit den Ameisen und auch den Bienen erklärt. Mit den ganzen Feedback-Loops, die sozusagen durch exponentielles An- und Absteigen sich sozusagen immer selber organisieren. Und die nutzen halt auch aus, dass sie auf einer 2D-Oberfläche sind und ja, wie soll man sagen? Linien haben eine Dimension 1 und auf einer zweidimensionalen Oberfläche kann man sozusagen es nicht schaffen, sich nicht zu treffen. Und das ist wichtig. Das Kopf ist es. Es gibt teilweise auch Drüsen an den Füßen. Und damit können sie ja zum Beispiel auch ihre Spuren liegen. Das heißt, das sind also im Prinzip ist so eine Ameise, so eine kleine Chemiefabrik, wenn man so will. Jedes Lebewesen ist eine kleine Chemiefabrik, wenn man so will. Zeugnisse ermöglichen verblüffend viele Kommunikationsoptionen. Von Alarm, wir werden angegriffen über, ich weiß, wo es Futter gibt und hier beginnt unser Revier zu, ich arbeite im Innendienst. Das sind also Kohlenwasserstoffgemische, teilweise 40, 50 verschiedene Stoffe, die in ihrer Mengenangabe variieren. Und damit hat jede Kolonie ihr eigenes chemisches Profil oder ihren eigenen Duftstoff. Das ist im Prinzip so ähnlich wie so ein Trikot von so einer Fußballmannschaft, wo eben sich die verschiedenen Tiere unterscheiden. Na gut, das Wort Emergens kommt wohl doch nicht mehr. Auf welcher Kolonie sie gehören, tragen sie eben ein spezielles Trikot oder eben ihr Duftprofil. Diese chemische Kommunikation bestimmt nicht nur Freund und Feind. Sie hilft einzelnen Ameisen auch, sich für eine Aufgabe zu entscheiden. Morgens, wenn ein Tier durchs Nest läuft, dann nimmt das die Geruchsumwelt unterschiedlich wahr. Und damit auch unterschiedliche Aufforderungen, sich um bestimmte Tätigkeiten zu kümmern. Und eben immer, wenn das Signal stärker ist als den Schwellenwert, dann macht das Tier das. Haben die Larven Hunger? Senden sie ein Signal aus, auf das Ameisen reagieren. Wird eine super Futterquelle gefunden, animieren Kundschafterinnen, viele andere Ameisen mitzukommen. Aber wie entsteht dabei ein für die Gemeinschaft optimales Verhalten? Genau, wie entsteht das? Das habe ich alles erklärt in meinem Video, ne? Wie hieß das Video nochmal? War das das mit den Fraktalen? Wo ich so mit dem Herrschaftsfraktal herumschwurble, warum ich glaube, dass das Fraktal genau die richtige Beschreibung ist und so? Die Erklärung könnten die hier liefern, nicht die Eicheln. Eine Ameisenart, die in solchen Eicheln lebt. Beginnt die heimische Eichel zu verrotten, machen sich Ameisen auf die Suche nach einem neuen Zuhause. Die wechseln dann mal auf Immobilien-Suche um. Die gehen raus und suchen verschiedene Nistgelegenheiten auf. Und wenn sie eine optimale Nistgelegenheit finden, dann laufen sie zurück und rekrutieren andere Ameisen. Ja, und das sind immer Feedback-Loops, die positiv verstärken sich, ne? Gutachter werden zur neuen Eichel hingeführt. Und wenn sie auch überzeugt sind, dann ziehen sie los und zeigen die Immobilie einer dritten Ameise und so weiter. Und jetzt erklären sie nicht mal korrekt, wie es funktioniert, ne? Sie erklären nicht korrekt, wie es funktioniert. Das Relevante ist, dass wenn eine Ameise einen Platz findet, den sie gut findet, also erstmal, sie hat diese Duftspur, ne? Die Duftspur selber hat eine Haltbarkeit. Das heißt, je länger die Duftspur ist, desto mehr decadet die. Und wenn jetzt eine Ameise einen Platz gefunden hat, wo sie sagt, das ist ein supergeiler Platz, dann steht sie da rum und announce das. Und je besser sie diesen Platz findet, desto länger steht sie da und macht dieses Signal. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass eine weitere Ameise dazukommt und sie trifft. Und sie sind so programmiert, dass wenn sie sehen, dass eine Ameise rumsteht und announce, dann gucken sie und bewerten selber das und fangen auch an zu announceen. Und das ist ein Feedback-Loop, wenn dieses Signal besonders gut, also wenn die Position, die sie gefunden haben, besonders gut ist, dann wird das mehr anlösen als eine benachbarte Stelle, die auch möglich ist, um da eine neue Kolonie aufzubauen, aber die nicht so gut ist, weil da einfach seltener Ameisen vorbeikommen, einfach weil das Signal nicht so lange announced wird, einfach. Und das sind dann einfach von Wahrscheinlichkeit her die Prozesse, die dann kicken, ne? Und das funktioniert aber erst ab einer Ameisenzahl von ein paar tausend, am besten so ein paar 10, 20, 100.000. Weil erst dann sozusagen das Gesetz der großen Zahl und diese Verteilungs- und Stochastik-Sachen so richtig schön glatt durchbügeln da. Und das hat alles damit zu tun, dass 2D-Oberflächen, dass Linien, die ihr zieht mit einem Stift, auf einer 2D-Oberfläche sich irgendwann kreuzen müssen. Nur deswegen funktioniert das. In 3D würde das nicht gehen. Das heißt, diese neue Immobilie wird von mehreren Tieren, das sind meistens so 20% oder sowas von der Kolonie, geschätzt. Und irgendwann ist es dann so, dass die Kolonie die Entscheidung trifft. Die Königin ist dabei gar nicht involviert. Sie wird irgendwann in der Mitte im Nestumzug dann rumgetragen. Und wird einfach in die neue Eichel gesetzt. Und das war's. Die nach dem Viel-Augen-Prinzip geprüfte Eichel ist meist wirklich die beste Wahl für die Kolonie. Das heißt, mit der Umsetzung einfachster Regeln landet das Ergebnis oft sehr... Sie haben nicht erklärt, wie diese einfachen Regeln gerade funktionieren. Deswegen bin ich jetzt ein bisschen enttäuscht, dass das Wort im Ergänz nicht kommen wird. Na, am Optimum für die Ameisen. Und was können wir aus all dem mitnehmen? Übrigens, habt ihr mitbekommen, dass bei YouTube jetzt bestimmte Rottöne manchmal so hell ins Neon reingehen? Auch hier unten seht ihr das? Also bei mir wird dieser Bereich hier, der wird heller angezeigt als der hier links. Seht ihr das auch? Ich kotze ab darauf, ne? Als ich das das erste Mal gesehen habe, habe ich gesagt, mein Monitor... äh, mein Monitor ist im Arsch. Erstaunlich wenig. Wir sind keine auf Kooperation getrimmten Familienclans mit eierlegender Königin. Ja, das kostet halt alles einfach nur Unnutzrechenzeit und, äh, und macht den Browser langsam und so. Das ist doch schwarz. Individuum und Gesellschaft sind bei uns anders ausbalanciert. Was, 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 was? Erstaunlich wenig. Wir sind keine auf Kooperation getrimmten Familienclans mit eierlegender Königin. Und die Aufgabe von Eigentum, der Verzicht auf Kinderwunsch und freie Berufswahl sind wenig vereinbar mit den Menschenrechten. Individuum... Oh, fuck, alter. Ja, okay, das ist wirklich, das ist wirklich grinsch. Fuck, diese Arte, Leute. Diese Fuzzis, diese... Fuck. Die Linksliberalen, wirklich. ... und Gesellschaft sind bei uns anders ausbalanciert. Dass wir Monarchien und Demokratien, Anarchie und Totalitarismus in die Insektenstaaten hineingelesen haben, zeigt uns eher, wer wir zu bestimmten Zeitpunkten der Geschichte sein oder nicht sein wollten. Wenn wir jemals verstehen wollen, wie wir zu einem so ungewöhnlichen Affen wurden, der so komische soziale Dinge tut, müssen wir in die Vergangenheit schauen und die evolutionären Muster verstehen, die uns dahin gebracht haben. Wir müssen einfach nur begreifen, dass wir viel, viel bessere Fähigkeiten haben, Geschichten zu erzählen. Das ist alles. Wir haben einfach einen riesen, heftigen, kognitiven Zweck aufgedreht und haben bessere Weltmodelle und können deshalb bessere Geschichten erzählen. Das ist alles. ... Acht haben. Erkenne dich selbst stand schon an einem der Tempel in Delphi, im antiken Griechenland. Und das geht nicht, ohne zu verstehen, wie die Gesellschaften anderer sozialer Tiere auf der Erde funktionieren, was sie können und was nicht. Und wie diese Ähnlichkeiten und Unterschiede uns geprägt haben. Der Blick auf Tierstaaten mag keine Blaupausen für unser Zusammenleben liefern, aber er kann freilegen, was uns stark macht. Was uns Menschen von allen anderen Spezies unterscheidet, sind nicht die Eigenschaften Einzelner. Es ist das, was passiert, wenn wir zusammenarbeiten. Wir sind eine Spezies, die sozial unglaublich anpassungsfähig ist und darauf besonders angewiesen. Wir lernen voneinander, inspirieren einander, wir bauen Ordnungen, die Generationen überdauern können, wenn wir zusammenhalten. Kultur liegt uns im Wesen. Wir sind ein kulturell begabter Affe. Mich stimmt das optimistisch. Denn das bedeutet, wir können ändern, wie wir uns verhalten und interagieren. Und wenn jemals eine Art fähig war, die Herausforderungen, vor denen unsere Gesellschaft heute steht, zu meistern, dann doch wir. Wir haben eine enorme Fähigkeit, unsere Zukunft zu gestalten. Wir müssen sie nur nutzen. Klärt mich mal auf. Ist es schon US-Wahl gewesen jetzt? Oder noch nicht? Wenn wir etwas von Tierstaaten lernen können, dann doch, wie sehr unser eigenes Wohlergehen an der Gemeinschaft mit anderen hängt. Nur entscheiden darüber keine Duftstoffe aus Drüsen oder die totale Unterordnung. Vielleicht ist es vielmehr der Glaube daran, dass Thomas Hobbes sich getäuscht hat und wir einander eben nicht nur Böses wollen. Wir wissen, dass er sich getäuscht hat, weil er ein pseudowissenschaftlicher Quizzer aber Fuzzi ist. Ist doch alles falsifiziert. Ist doch alles falsifiziert jetzt, mein... So. Okay, dann, wenn jetzt in zwei Wochen Trump ist, dann gucken wir jetzt USA, Aufstieg der Ultrarechten. Das passt. Ausatm Lösungen Ausatmität Ausatmäß